Schaut Big City Greens im Disney Channel. Leute, seht mal, der Bürgermeister! Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung von Bürgermeister Beans! Der Bürgermeister ist ein Hund! Wie Sie alle wissen, bin ich Ernie, Beans Herrchen und Häufchenwegräumer. Und wir freuen uns beide sehr über die große Beteiligung an der diesjährigen Bürgermeisterwahl. Habe ich recht, Beans? Ich habe immer davon geträumt, dass Hunde regieren dürfen. Na, nicht jeder Hund. In all den Jahren, in denen ich hier die Wahlen leite, ist Beans der einzige Hund, der zum Bürgermeister gewählt wurde. Alle in Smolten lieben ihn. Oh, wenn es einen Hund gibt, der so viel Liebe verdient, dann meine Phoenix. Moment, Sie leiten die Wahlen? Sind Sie nicht der Postbote? Jupp, ich bin Frank, Smoltens Postbote. Klempner, Mechaniker, Nageltechniker und auch Wahlhelfer. Vergess nicht zu wählen! In Smolten dürfen Kinder wählen. Wow, die Leute lieben Beans wirklich. Man könnte sagen, der Hund ist ein beliebter Pfotlitiker. Also dann, Leute, gleich gilt es abzustimmen. Jede Stimme zählt. Aber wie immer kandidiert Beans ohne Gegenkandidaten. Ohne Gegenkandidaten? Wer ist ein guter Bürgermeister? Halt! Bürger von Smolten! Beans ist nicht mehr der einzige Kandidat in diesem Rennen. Hier ist die neue Bürgermeisterin Phoenix! Juhu! Gleich kommt! Halt deinen Held fest, Tilly! Juhu! Hast du's gespürt? Es war, als hätte meine Seele meinen Körper verlassen. Oh Gott! Das fühlt sich nicht angenehm an! Was ist hier los? Moment mal, das ist die Schlaglochstraße. Die war schon so, bevor wir nach Big City gezogen sind. Unfassbar, dass die noch nicht repariert wurde. Ein wahres Wort! Wir hassen diese Straße! Die Drillinge werden davon reisekrank. Das kann ihrer Entwicklung nicht gut tun. Und wieso ist sie die ganze Zeit nicht repariert worden? Keine Ahnung. Aber es ist, wie es ist. Wir müssen wohl damit leben. Du bist so weise, Trey. Ach, das müssen wir nicht. Tilly, wir sollten eine Spritztourpause einlegen. Denn du und deine Mama werden jetzt mal eine Landstraße reparieren. Hergehört, hergehört! Dieses Jahr ist Beans nicht der Einzige, der kandidiert. Will Phoenix! Du wirst diese Wahl mit Abstand gewinnen. Aber Cricket, ist Phoenix beeindruckend genug? Sieh dir nur Beans Repertoire an Tricks an! Sitz! Sprich! Rolle rechts! Salto! Wirf den Pizzateck! Pfoten malen! Mach meine Steuer! Kassertruck! Oi!